Willkommen bei Brillentools, die bezahlbaren Profi-Werkzeuge. Der universelle Vakuum- und Druckpumpensatz wird in diesem stabilen Komper geliefert und was da drin ist, schauen wir uns jetzt mal an. Im Satz enthalten ist die Vakuum- und Druckpumpe selbst mit einem Arbeitsbereich von minus 0,7 bis 3 Bar. Umgeschaltet wird die Pumpe hier im vorderen Bereich über den Schiebering sehr, sehr einfach zu bewerkstelligen. Hinten habe ich dann das Pumpelement, das Gehäuse ist komplett aus Metall. Des Weiteren sind im Satz diese Füllbecher, zwei an der Zahl. Dann habe ich Schläuche, da ist noch einer drunter, plus dann im oberen Bereich nochmal kurze Schlauchstücken und verschiedenste konische Adapter bzw. zum Bremseentlüften auch die jeweiligen Adapter für die Bremsnippel. Anwendungsbereiche für diese Vakuumpumpe oder Druckpumpe gibt es sehr, sehr viele, egal ob Bremskraftverstärker überprüft werden muss, unterdruckgesteuerte Automatikgetriebe oder wenn ich am Vergaser Unterdruck messen möchte. All diese Sachen sind damit machbar. Ich kann auch Bremseentlüften mit diesem Gerät, zum Beispiel bei Motorrädern bzw. auch natürlich Kupplungssysteme entlüften.